Hallo und Herzlich Willkommen zu einer Runde Minecraft Bad Wars hier mit dem MMM111 MMM Super Hä? Achso, jetzt nehmen wir das für deinen Kanal auf. Okay. Okay. Ich blick durch. Okay, ja, ja, ist gut. Okay, also... Yo, hello guys! Ich hab zuerst den Start verpasst, aber es ist egal. Okay. Okay, brauchst du dich ja mal in die Mitte? Ja, ich baue mich hin. Du hast schon wieder den Start verpasst, das ist ja hart. Was tust du? Ich hab gedacht, ich baue mich in die Mitte. Du bist so langsam, akzeptiere es. Na gut. Aber, ja, jetzt kannst du dich eh in die Mitte bauen. Ja, ich kill die jetzt, okay? Ja, ist klar. So. Du musst dich eh nicht mehr höher bauen. Ja, ja. Warten die schon auf mich? Nein, aber ich geh zu Team Green. Ich geb dir Rückendeckung. Ah, da ist jemand mit Schwert. Den kill ich. Der kommt zu dir. Ich kill ihn. Den kill ich. Renn weg! Bam! Oh mein Gott, da sind zwei gewesen. Okay, gut. Ah, den einen hab ich gekillt. Ja, super. Okay. Ich geh wieder mit Schwert in die Mitte. Haben wir unser Bett eigentlich gesichert? Nein. Okay, das mach ich. Das müssen wir nicht tun. Oh, wir bekommen Besuch. Echt? Ja. Okay. Ich fame den weg. Okay. So, weggefamed. Und so. Ja, aber ich kann uns eh gleich einbauen. Ich mach schon. Ja, warte, wir müssen uns mit Chesten einbauen und vor dem Eingang zwei Chesten. Ja, ich weiß. Äh, gut. Warte, nein, 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 nicht so. Äh, du hast keine Spitzakon, okay, warte. Nee. Ja, Spitzakon, sind teuer. Okay. Und jetzt noch zwei Kisten. Und dann ist unser Pad perfekt gesichert. Unser Pad. Unser Pad. Okay. Oh, ich wär grad fast runtergefallen. Ohh, der eine hat schon Bogen. Aber ich kill ihn. Ja, hast du ja. Oh warte. Oh mein Gott, ich habe einen blauen mit Full-Ausrüstung fast gekinnt gerade. Nein! Scheiße, okay, ich schlage ihn runter. Ja, okay, gut. Du mit deiner Mega-Ping. Ich habe eine 40er-Ping. Oh, ich habe gerade eine 49er. Echt? Oha. Normalerweise habe ich eine bessere. Was? Was? Der hat mich durch die Tür geschlagen. Durch die Tür. Oh mein Gott. So, der Hacker. Hast du es auf Video? Ja, klar. Ah nein, doch nicht. Ich nehme dir nicht auf. Haha. Also, das ist jetzt für deinen Kanal und nächste Runde nehmen wir für meinen Kanal. Ja. Oh! Okay, schräg. Bäm! Nein! 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 Nein, ich bin runtergefallen. Echt? Ja. Okay, ich snacke mal das Gold. Okay, hol dir das Gold. In der Weile mache ich mir wieder ein bisschen Ausrüstung. Okay, ich habe mir das Gold gesnackt. Hol's dir. Oh, das sind zwei ausgerüstete Blaue. Bäm! Oh, alter! Der hat mich... Achso, ich hatte keine Rüstung. Oh, der eine hat Eisenschwerke. Wow! Was? Der hat kein Knockback! Der hat kein Knockback! Ich hab's... Oha! Hallo! Der ist sogar gefailt! Warte, das muss ich aufnehmen! Oha! Überall Hacks! Das ist so der... Ich hab's eh aufgenommen, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt gesehen hab. Oha, der hat kein Knockback! Ich schieße ihn einfach mit dem Bogen ab. Du hast den Bogen? Ja, ich hab... Ich hab dir... Ja, gerade gesagt... Das hast du mir verschwiegen. Und... Ja, der ist gelächtet! Respect! Boah! No Knockback! Und... Das ist echt das Erste! Ja, das ist echt hart, ja. Ja, der... Das ist wirklich hart, ja. Finde ich wirklich auch hart, ja? Gut, gehen wir zu Blau. Warte, den hab ich schon. Ja, okay, ich baue das Bett ab. Das ist gut für mich. Ja, okay, baue das Bett ab. Und ich... Und ich kille in die ganze Zeit. Äh, ja, ich baue mich da mal zu. So. Ich hab ihn eh... Oh, der hat mit Eisenblöcken eingebaut. Und ich hab nur eine Holzspitzhacke. Okay, drei, zwei, ein... Ah, der hat sich wieder abgelegt. Alter. Ja, ja, du musst dir eine bessere Spitzhacke machen. Okay, gut, geht's. Kill ihn. Du hast ja einen Bogen, oder? Achso, ja, geht. Was geht so bei dem Gelb ab? Uh. Oh. Die Bros machen sich so gerade in der Place. Hast du Gold? Du hast eh einen Bogen, oder? Kann ich dein Gold haben? Ja, aber ich fahre wie auf eine Enderperle. Was? Aber ich hab keinen Bogen. Nein. Uh. Sonst muss ich dich leider killen. Du sagst echt die besten Kommentare. Ja, okay, hier vier Gold. Gib mir, gib mir. Oh, Martin mit dem besten Skin. Äh, ich hab ein Gold zu viel. Ich hab ein Gold zu viel. Okay, na dann würde ich einmal sagen, wir... Das war's mit der Folge. Wir machen die ganz klassische Tour. Oh, Pixel Wolf. Ja, ja. Und wir machen uns einen Enderperle, oder nicht? Vielleicht sollten wir uns doch lieber ganz unklassisch rüber bauen. Hat der schon einen Bogen von Team... Team Gelb hat, glaube ich, keinen Bogen. Nein, die sind ja nicht einmal immer mit. Oh, na gut, dann bauen wir uns jetzt rüber, oder? Ja. Ganz klassisch. Oh, der eine von Team Gelb ist gerade runtergefallen. Ich hab's gesehen. Weil... Der andere, sein Teamkollege, hat ihm... Unter ihm die Blöcke abgebaut. Ich hab den einen dreimal getroffen, den ausgerüsteten. Ganz klassisch. Also, killst du sie? Ja, ich kill sie. Oh, sie haben eine zu viel. Achtung, du fällst gleich runter, glaube ich. Ja, komm, kill den. Da ist ein zu viel. Das explodiert gleich. Ah, nein. Ja, komm, kill den. Ja. Da ist er, ganz klassisch. Wird jetzt gekillt. Gut, ich hab nur noch ein halbes Leben. Ich bin tot. Der hat mich gekillt. Okay, aber... Ich hab jetzt 16 Eisen. Ich... Ich geh jetzt zu denen. Oh, mein Gott. Mir ist das Eisen da reingefallen. Das krieg ich jetzt nicht mehr raus. Oh, das ist... Das ist das beste Fail. Das ist klassisch. Das ist klassisch. Das ist klassisch. Ziemlich kräftig. Also, ich würde jetzt angebrauchen, keinen Ball, sondern... Ja, ich gehe jetzt einfach drauf und hoffe, dass ich etwas bekomme. Weil die sind jetzt beide tot. Okay, gehen wir gleich heute drauf? Nein, nein, warte, ja. Ich mache mir einen Stärkenfang. Oh. Mit dem Eisenschwert. Und dann kriegst du das. Mach dir mal eine gute Spitzsacke. Äh, ich bin jetzt bei Ihnen. Ich überrasche Sie jetzt. Ist klar. Ja, der eine ist tot. Und der andere auch. Sie sind beide tot. Hast du nicht gesagt, oder? Nein. Ja, ja, doch. Aber ich kann nicht. Sie sind beide da. Komm, schnell. Oh, mein Gott. Ich sterbe, glaube ich, gleich. Oh, ich schlage einfach beim Spon-Offschi drauf. Ja, okay, warte. Nein. Okay. Ganz klassisch. Ja, sehr gut. Okay, JJ. Ja. Also, das war jetzt eine sehr gute Runde. Und ich würde sagen, wenn euch das gefallen hat, mit dem MMM 1S1 MMM super aufzunehmen, und mit dem M8 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 M8, äh, nein, M8 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 M8. Ja, deinen YouTube-Kanal schreibe ich dann, verlinke ich dann in die Beschreibung. Ist klar. Und, ja, wirklich. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte eine Bewertung da. Und tschüss.